Oh Gott. Das waren viele. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Ich darf es nicht aus der Hand verlieren. Ach ernsthaft? Alles normal? Ihr da! Hebt das Gegengewicht an! Ich gehe nach oben und löse die Kettensperre! Na super, ihr zwei. Bloppiert die Kette! Können Sie die, wenn er sich einwillt! Au! Alter, verzieh dich! Das ist jetzt so eine nervige Bastarde, wisst ihr das? Ja! Leg den Hebel hoch! Ja, mach ich ja gleich. Wir müssen das Gegengewicht anheben, Varios! Ja! Ich hab's nur vergessen. Ich bin ja schon dabei. Na komm! Was machst du denn? Geh doch. So, das war Nummer 1. Hebel, Hebel! Hoch mit dem Gegengewicht! Hm... Ich musste den Bogen schützen. So, kann ich grad noch mal verhindern, dass mich irgend so ein Spassi trifft. Oh nein, Mopsi! Warum tust du mir das an? Was trink ich denn da? Ja, ich hab' den Bogenschützen abgelenkt. Na gut, ich hab' den Bogenschützen abgelenkt. So, du dreckst Bogenschützen. Dich hatte ich auch. Wieso kann der nicht einfach runterfallen? Das würde alles umso einfacher machen. So, Mopsi! Das war's für dich aber jetzt. Ja, der Fokus ist eigentlich doch schon ganz geil, muss ich sagen. Ach du Scheiße. Das kann ich nicht ablenken. Okay, wenn ich den Roten sehe, muss ich unbedingt weghören. Und den hab' ich auch noch. Ne, den nicht. So, verzieh dich. Gib mir Leben. Kessel, haltet ihn auf! Bogenschützen! Uah! So, erstmal die Bogenschützen. Bam! Verzieht euch. Ich muss die einfach nur so lange abwehren, bis ich beim Bogenschützen bin. Und schlag den. Ach du Scheiße. Wie viele denn noch? So. Bis zu denen. Geht's zu euch. Guck mal zu dir! Dreckige Spastis. Uh, das war ein bisschen spät. Oh, das war ein bisschen spät. Sei verschluckt! Oh, schwein! Ja, dann lass uns mal kämpfen. Ich vergesse jedes Mal die Hinrichtung. So, jetzt aber. So. Das war es immer noch nicht. Oh, das ist ein langer Kampf. Das ist ein langer Kampf. Ich muss schon richtig ins Schwitzen hier. So, falsche, ah scheiße, falscher Knopf. Das ist schon wieder falscher Knopf. Nein. Ich glaube, das war es. Ich glaube, da läuft ein Wopsi. Jetzt geht's los. Achtung, Männer! Ein mutiger Mann! Durchschlebt den Tod! Einmal! Feuglinge! Immer wieder! Jetzt haben wir das Blut, dieser Barbaren, vergossen. Wir wissen jetzt, dass sie bluten wie wir. Okay, unser Schiff nebenan explodiert einfach und der... Bereit! Und los! Vorwärts! Sammel deine Männer und übernimm den Strand. Geil. Ach, du Scheiße. Leute, vorwärts, Mann! Mal schnell! Oh nein! Weg hier, weg hier. Feierbeschuss. Oh nein. Ähm. Fuck. Wir verlieren die Schlacht. Wir verlieren die Schlacht. Scheiße auf die Schlacht. Boah, Mopsi, nein! Jetzt will ich hier schon wie so ein Mopsi rumhängen, ey. Alter! Wo soll ich denn abhählen, wenn ich... gerade irgendwie billig zuschlage? So, Mopsie, das war's für dich. Jetzt ist zwei Erwärmer. Yeah. Marius kannst halt. Marius ist der King. So. Ein bisschen mehr Erfahrungsbonus hier. Ich habe sowieso gerade alles. Oh nein. Muss das jetzt sein, Mopsie? So. Schau mir. Nein. Ich kriege auch noch Hilfe. So, weg mit dir. Leider Mopsie kriegt die ganze Zeit Hilfe. Ist nicht fair. Ja. Oh, ist der Fang freigeschaltet? Interesting. Zwei Mopsie ist am Start. Ich glaube es ja nicht. Erstmal stirbt ihr ihr. Weißt du, die da hinten essen da Bruder oder was weiß ich? Gucken wir zu. Das gibt's doch nicht. So. Au. Erstmal die Fahne. Oder was? Geht Information. Oh, es geht wieder los. Gucken wir uns mal seine haarigen Arme an. Oh, da kommen sie. Okay. Los geht's. Leute, Information bleiben. Achtung. Achtung. Weiter geht's. Achtung. Oh, es war knapp. Krass. Alter, er drückt um die Formation des Werfens von Pillar zu befähigen. Klasse. Und los. Alter, ist das geil. Los. Und abwerfen. Nein, scheiße. Wir müssen näher ran Achso, das ist nur einer Okay, alle ist auf einen Stirb Der wurde durchlöchert Auf geht's Schnappt euch die Bastarde Oh, da ist wieder was grünes Wir müssen die Barrikade halten Bis unsere Schützen eintreffen Legionäre Linie bilden Kommt schon Männer Nehmen wir diese Feste ein Los, los, los Ja, warte So, ich komme Okay Ja, ich bin schon dabei, Leute Keine Angst Oh, es sind noch mehr Warum schießen die mich ab? Ach, du Scheiße Fährt sie dich? Ich habe doch kaum Sperre hier Die Moral der Römer sinkt Wieso denn? Soll ich die denn aufhalten? Wir hatten nur zwei, drei Sperre hier Er geht jetzt auch nicht mehr runter Soll ich das nehmen Ziel nicht erreicht Na, klasse Okay Ich habe es vielleicht nicht ganz gecheckt Vielleicht sollte ich auch irgendwo hingehen Oder hochklettern Und sie finden Ich habe keine Ahnung Ich weiß, wo meine Punkte einsetzen Und ich weiß auch schon, wo ich sie reinsetze Und zwar in Was stand da gerade? Ich habe keine Ahnung Ich habe zu schnell weggeklickt Ah, noch die Verbindung zum Xbox Wieso? Ist hier die Frage Was ist denn los hier? Trend Aha, die Verbindung zum Controller ist getrennt Gut, das ist das indirekte Zeichen für eine Pause für mich Damit ich meinen Controller aufladen kann Und eventuell noch ein bisschen schneiden Denn ich bin jetzt ja Ich bin schon ein paar Stunden dabei, ne? Na gut Wir sehen uns dann in der nächsten Runde von Rise, Son of Rome Einem wirklich genialen Spiel Wie ich finde Und darum sehen wir uns beim nächsten Mal Haut rein, Leute Euer Zero Tschüss Tschüss